SO und ich sah einfach mal Hallo zu etwas ganz neuen bei mir ne ja würde ich auch so sagen und zwar lalalalala roffnigst dir. ja und mit mir ist natürlich... ihr merkt, ja der liebe Herr Lynette A geen und diese Tusse ist so geil Willst du mal einen Bären sehen? Ich liebe es. Sie nennt ihre Muschie Tibbers. Göttlich. Ja, jetzt nur für die, die die LOL gut spielen können. Ja. Wir können sie nicht. Also ich bin jetzt, das ist mein dritter Spiel? Oder das zweite? Dritte, wa? Joa, irgendwo so in den Tränen. Also ne, gerade bei das zweite Spiel, also das ist jetzt das dritte. Und das allererste Spiel habe ich sogar auch einen Kill gemacht. Heee, heee, heee. Und gerade beim zweiten Spiel sechs Kills. Heee, heee, heee. Und ich hoffe, jetzt beim dritten Spiel werde ich besser sein. Naja. Mal gucken. Heee, heee. Ich finde die Tue so genial. Also echt für die Psycho-Olle. Komm, wir können fahren. Und wir spielen gegen Bots leicht. Ja. Das muss einfach so gesagt sein. Mit Menschen. Unterschätzung. Ja. Und also kooperatives Spielen. Hüßel-hüßeln. Und ja, also, gewinnen vielleicht, gut sein, nein. Gewinnen ist mal so eine Sache, weiß man. Ja, aber kooperatives Spiel leicht geht einem immer gut. Außer das letzte jetzt mal. Da haben wir auch wirklich nur Politioten im Team. Und wundert euch nicht, wenn ich immer Renekton sage und gleich sterbe. Ich finde, Renekton hört sich einfach scheiße an. Oh, komm, geht doch nicht auf mich los. So was. Geh zurück. Genau. Ja, aber nur, weil er so viel Schaden hat. Ja, jetzt geht's noch. Oh, wenn er zu groß wird. Oh, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Jetzt aber. Fuck, wir sind natürlich abgehauen. Mal, normal. Aber Renekton, der traut sich ziemlich viel. Bei der KI-Einstellung. Muss man mal so sagen. Jetzt könnten wir eigentlich einen nehmen. Komm das, oder? Hm, 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 nee, ich riskiere es nicht noch mal. Vor allem, weil ich jetzt tot bin. Puh, hast du einen Hilfrei? Ja. Boah, cool, danke. Fühl dich doch immer. Oh. Ja, aber klar, Arena, ne? Ein Gegner wurde getötet. Oh, Miss Forza auch noch. Miss Forza getötet, sehr schön. Ich hasse dich, tust du einfach. Also, wenn du einmal gegen Miss Forza dran auf einer Lein bist, dann weißt du, warum wir so alle hast. Ähm, ich finde es nur ätzend mit der Mana. So, jetzt aber. Ja, ich habe die Nahung, der brennen sollst du. Schlimm ist nur wieder. Ja, du kriegst natürlich den Kill, ist klar. Naja, ich kann springen. Das sagen sie alle. Oh, puh, oh, puh, ich bin fort. Ja. Da sieht man nochmal, wie gut ich das Spiel kann. Lasst mich, lasst mich, lasst mich. Verdammt. Oh. Naja, aber nicht so schlimm. Ähm. Ich bin auch schon Stufe 3. Ich habe auch schon die, ihr seht ja hier unten, für die Leute, die es nicht kennen, man kann dann, wenn du eine Stufe erhöht, äh, ja, die Fähigkeiten halt abgeben, ne? Mhm. Und ich habe noch kein Geld, ich lasse es auch mal so. Gerade habe ich einfach mal ein paar Sachen gekauft. Jetzt spare ich einfach mal, solange. Wo bist du? Oben oder unten? Unten, unten, unten. Und unten, unten. Dann teleportiere ich mich mal. Eine Fähigkeit, die man sich auswählen kann, bevor man es zum Himmel reinjoint. Oh, der ist so, der ist so, der ist so, der ist tot. Sehr gut. Ich habe auch gleich von mir Geld für mein kleines, geliebtes VG-Schwer. Oh, der ist so, 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 der ist so. Fick ich den, fick ich den, ja, wie schon nicht. Einfach mal drauf gehen. Oh, nee, wir sind noch zu langsam. Oder? Oh, er kommt wieder, wir geben ja halt. Ja, komm, weiter. Beine! Auf. Oh, und zurück, 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 der Tower ist zu stark. Er geht nach Hause, auch wie süß, er heilt sich. Otschi! Ha! Gesundheit! Lass mich den wohl, lass mich den wohl. Ich geh mal zurück in die Base, weil ich die Mana einfach nicht mehr hab dafür. Ist einfach so. Ja, ich geh auch bei Space. Mal gucken, ob wir was kaufen können, nö, noch nicht. Gehen wir wieder hin. Ich kann mich leider jetzt nicht mehr teleportieren, leider, leider, leider. Leider, leider, leider. Naja, ich geh noch nicht bei SS, wenn du wieder da bist. Okay, sehr gut. Hast du warten noch ein bisschen? Ein Drittel hab ich schon... ...des Weges? Ja. Ich hoffe, dass ich bald Level up, ja. Hast du warten noch ein bisschen? Dann werde ich euch meinen Bären präsentieren. Ja. Da hab ich schon bei SS. Ich hätt hier auch healen können. Nee, hätt ich nicht. Ich hätt sowieso was gebraucht. So. So. Komm mal. Diesmal auch mit mehr Damage. Sehr gut. Na, immer noch nicht... Naja, ich glaub, den Bären kann man auch erst mit Stufe 6 freischalten, oder? Ja. Ja. Ulti immer mit Stufe 6. Dann, ich glaub, mit 11 kann man so nochmal upgrade auf Level 2 und dann immer auf Level 3, aber... Ich bin mal gerade mit dem Level 9 sichern. Hm, hm, hm. Der Nektor ist da. Dann sag ich jetzt mal so voraus. Ja, der dürfte auch kein Problem sein, ne? Obwohl, stark ausseitig auch. Ja, schön. Und der nächste und der nächste. Komm. Komm. Komm tot. Sehr gut. Brennend! Brenn. Brenn, baby, Brenn! Komm. 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 So. So, gehen wir mal auf den Tower. Wir sind zu Vasallen Downs und jetzt. Zurück, 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 zurück. Ich werd nochmal in der Base joinen, für mehr Mana. Ja, ist sowieso nix los bei uns. Ja, brauch ich einfach. Brauch ich sonst, hab ich überhaupt keine Fähigkeiten mäßig. Mit dem Schauen. Okay, kann ich schon mal ein bisschen schneller laufen. Und jetzt hab ich auch mal einen Bären. Sehr gut. Verursacht 200 mergischen Schauen. Plus zwölf, plus drei. So. Habt ihr meinen Bären-Tibbers gesehen? Ach komm. Ach, weg mich da. Haha. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Doch, der Bär kann viel reißen. Wenn er auch dort hingehen würde, wo er hin soll. Ich weiß nicht, kannst du den steuern? Nee. Das macht alles automatisch. Der Nektor ist down. Der Nektor ist auch. Oh, jetzt stirbt er auch, Junge. So, ein Tower. So, ein Tower. Tower geht down, jo. Schön, schön, schön. Jopp. Ach, ja. Jetzt hab ich auch eine, ja, eine Mana-Generation sozusagen. Ich geh mal ein bisschen hier rein. Reinert. Oh, kann sein, dass der von der Mitte gleich zu uns kommt. Ah, da ist er auch. Oh. Oh. Oh, geh lieber zurück, geh lieber zurück. Das ist eigentlich ziemlich heiß hier oben. Das ist eigentlich ziemlich heiß hier oben. Oh, man könnte vielleicht ein bisschen damage machen. Ja, aber ich muss wieder zurück, wow. Die Mana, die Mana. Wuppa, 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 wuppa. Ich kann ja gleich dann wieder hin teleportieren. Ich hab keine Abkleider, kein Heel mehr. Ja, hatte ich dir gerade schon dafür beraten. Oh, kein Ding. Ich brauch einfach nur ein bisschen Geld, ne? Die können mich auch gelassen wieder zur Base zurück, aber... Sie wollen ja unbedingt mich töten. Hm. Ja, Spaß. Was geht mit mir? Oh, Connection, du kannst doch eh nix. Geh doch einfach, brenn doch nicht von mir weg. Oh, jetzt kann ich den Scheiß-Skill nicht aktivieren, wenn ich grad kotzen würde. Früher Gossip, eigentlich auch Fotos, ne? Ja, komm schon! Ja, der ist da. Komm, geh down! Jawoll! Jawoll! So, jetzt kann ich auch wieder Base. Ich geh mal hier... Ich hab ein bisschen... Gucken, ob wir hier noch ein paar Sachen finden. Wupp. Oh, da kommt jemand zu dir hin. Oh, da kommt jemand zu dir hin. Ohne? 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 Ja... Na egal, ich bin mein Baron ! Noch mal Kalking... Ja, das muss sie dann enden mal einfach. Hier mein Bäherentimmery gesehen. ... Da ist doch kacke! Ich muss auch in der Base Dann kann ich schon mal gucken, aber hier gibt es noch nichts zum Kaufen Ich hätte ja gerne ihn hier, aber der kostet nicht Oh, Miss Wotze bei mir, kann ich gerade wieder Oh, kriegst du Ulti von mir ab Ach, Renekton und... Oh Gott, oh ja, ich bin tot, ich bin tot Ich gehe mal mittig Ah, die anderen drei sind dann schon oben, oben, links und machen eine Party dort Ja, die haben ihr Problemchen Aber in der Mitte ist verdammt gut Der weiß, wie das geht Das passt gerade gut WIE! Ja, ich kann mir auch mal mithelfen Obwohl er das eigentlich auch ganz gut allein macht Ja Ja, ich... wir bleiben am besten mal unten Ja Da sind wir mal ein bisschen zu viel Vasallen kam Bringt halt ein bisschen Geld Ja, das Problem ist, zu viel Vasallen können auch gerne mal einen Tower killen Bleibt nicht zurück Tja, dann gehen wir erstmal ein bisschen... Ach ja... Und sind erstmal ne viele Stunden am Spielen und ja... Puh, was soll man dazu sagen... Das Letzte geben, weil, wie lange ging das? 50 Minuten nur, und das haben wir auch noch verloren, dann Nachteile Ja, ne Stimme nur gut, ja... Aber das sieht halt nicht ziemlich gut aus, ne? Joa... Gut, kann immer noch irgendwie was passieren, aber... Das sind leichte Bots, also so viel... so viel... so schwer wird das jetzt nicht mal... Meinst du? Wo... Hmül... Go, it's... Ach, Kacke, ob ich noch mal vorne geworfen... und abonnenten ich war das sogar oder ja wie jetzt alles gilt es wird schon vor der zweite gleiche warum die Missfotzer heißt deswegen weil sie mich getötet hat und jetzt bei Orice dummere Spast dummere Spast geh zurück Tower geht auf dich geh ganz zurück Orice erfolgt dich am besten bis zu uns im Tower und dann fort ich obwohl der geht auf die Vasallen kann sich jetzt schon forten schall mich ach ich hab mal wieder keine Mana ich geh mal zurück ich hab mal gern dann importe ich mich bleib nicht zurück ach bin ich berückt bei dir kann sich auch auf Vasallen forten ach so ich geh aber erstmal kraftpicken wenn Charik nicht kommen würde egal weil es muss jetzt erstmal sterben dann geht's mal wieder besser wenn er nicht nur so asozial schnell wäre WTF wollen eine ganze Energieverbrauch nur und stumm war jetzt der stirbt aber und Wuttor RZZ was mein Krieg geklaut ja auch so die ganze Zeit ja ist klar Gott meiser aus Hauptsache ich habe doch gesagt er kann Schöne. Ich verpiss mich. Obwohl Renexon nichts dauerhaut hat. obwohl Renexon nichts dauerhaut. Obwohl Renexon nichts dauerhaut hat. Obwohl Renexon nichts drauhaut hat. Obwohl Renexon nichts dauerhaut hat. damit machen aber auch keine energie kommen dass es was porten also jetzt hier nach dingen und aufladen wieder ob noch zu wenig geld ich auch ane und ich jetzt kann ich mir den kaufen endlich letzte runde konnte ich mir nicht holen und ich hab auch dann die richtigen sachen dafür und für rennen wir dazu wieso was nab geht ja was gutes ich bin auf dem wege nix gutes aber ich boxe nur in die mitte alter kerl in der mitte was drauf hat naja und ich bin gerade level 11 geworden und habe natürlich dann wie heißt er ja ich bin auf dem wege gerne ist mein nutz in einem typ bei der verhofft hat wir haben es auch drauf vorfuhr jetzt kommt natürlich terry so ein j punkt 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 ich hab nichts böses gesagt und jetzt macht er ihn da unten oder ja nö 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 kun nö 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 ja weg 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 und das ist alles auf Rileskin, ist das hoch? Rude Charit wäre zu viel gewesen Oh, wieso gehe ich von Renekta tot, wenn er fast tot ist? Das war schön Na ja Auf jeden Fall Danke Na, kriegen wir nicht Na, ich muss in die Base rein Ich habe keine Mana mehr Geh lieber wieder Press ab, press ab, press ab, press ab Was geht noch? Hehehe Fuh, 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 fuh Fuh, 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 fuh So Und dann teleportieren wir uns mal Geh mal unten, Mitte ist durch Wo unten, also rechts Mainzer, war? Ja Weil Mitte ist durch Das war schon eine super Basalle Es wird drin ist Also, Launis Dann können wir da eigentlich Also ich konnte jetzt nicht auf unsere Vasallen, ja, teleportieren Normalerweise geht das schon Drei, vier Mal versucht Dann habe ich das verkehrt gemacht Und so sind die blauen, ne? Hehehe 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 Fixer Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, wir sind viel Aber du machst ja irgendwie Ja, natürlich Kritischen Schaden, meinst du? Ja Oh, Schagos, wie man nicht auf ein bisschen Dann bist du schon gar nicht Ich lad mich ein bisschen auf Oh, 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 oh Wo bist du denn? Ach, ich bin noch ein bisschen rumgegangen Oh, ich krieg noch liegen Einen gegneres wurde getötet O uważ Oh, der Turm ist gestört Was ist so? Ne, das ist ja gar nicht Ne, wenn der jetzt nen Quattkill macht Nö, ok Ne, jenes Oh Gott Kommen wir jetzt machen, letzten auch noch Auch das könnte sein, dass es jetzt schon das Ende ist, oder? Ja, kann man sagen. Jetzt, wo jetzt heute Superwasser besaun ist. So, wir tauchen mal erstmal ab. Oh Gott, viel Leck. Ja, aber erst mal, ne, ich bin nicht. Doch, bin ich. Ich schiede mich mal. Ja, die haben keine Chance mehr. Eigentlich. Puh. Oh, oh. Oh, ne, komm der. Wo ist jetzt alles an? Oh, ich bin kein Geist zu rück. Oh, ich bin kein Geist zu rück. Oh, ich bin kein Geist zu rück. sehr schön sehr schön sehr schön jetzt hast du auch so eine aura um dir wenn wir einen Barron gekillt haben coole Sache also das läuft auf jeden Fall viel viel besser nach Kühle wurde wieder aufbaut sind und halbwürdig hihihi Achenecker traurig nicht zu viel aber ich trau mich immer zu viel das ist so ein Problem Bum 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 wenn bitte machen Pentaquill ich will es einmal sehen komm mach's 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 bitte ja er hat ein lol das sieht man echt nicht oft Patrick hast du mir zuhören? mhm 5-fach töten äh ist es jetzt zu Ende oder? ja jetzt sowieso zu Ende aber ähm na wo es es geht ja nach und nach ja schade bisschen zu ähm kurz die Runde naja ich sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder jahe ich sie jahe jahe Vielen Dank.